Hi Leute, willkommen retour zum nächsten Part zum Duell mit Olympique Lyon. Wir nehmen teil auswärts am Abschiedsspiel von Anthony Lopez, dem Torhüter von Lyon und haben da einen sehr interessanten Testspielgegner nach dem Test gegen Bazaar zuletzt, der schon sehr gut gelaufen ist. Treffen wir also jetzt auf den nächsten potenziellen Champions League Gegner. Zumindest von der Klasse her könnten sie Champions League spielen. Schauen wir mal, ob sie sich auch qualifiziert haben. Ja, haben sie. Wir wurden in der Liga nur Dritter, aber da gibt es schon lange kein vorbeikommenden PSG mehr. Da haben sie irgendeinen Megatalent, ein 16-Jähriges, den werden wir gleich scouten. Ich bin ein paar Vereine an einer Leier interessiert, der ist ja richtig stark. So, vorab noch der Platzwart erkundigt sich nach Änderungen. Ich würde sagen, dass wir es möglichst breit machen werden. Das heißt, das Maximale, was geht, ist ja das, was wir derzeit haben, dann passt das. Und Daily Sinkraven geht für eine Million. Da haben wir für den damals gezahlt. Damals kam er ablösefrei. Eine Laie beim Kreis C und jetzt geht er für eine Million. Also eigentlich kein schlechter Deal für uns. Ja, und hier gibt es noch ein paar Angebote. Den können wir definitiv von der Auswahlliste streichen. Ich weiß nicht, wieso der oben ist. Außer es ist schon ewig so. Das kann natürlich auch sein. Ja, McKennie ist wieder da. Das ist schon mal sehr gut. Walker, Peters können wir auf der Bank lassen. Ich nehme dann statt Duarte McKennie mit. Und dann haben wir mit Ventura und Duarte zwei sehr junge, die in der U19 zum Einsatz kommen werden. Aber in der ersten mittrainieren. Hin und wieder werden es dann vielleicht mal spielen. Windsheimer ist jetzt wieder dabei. Er ist auf der Leihliste, aber ich nehme ihn da jetzt momentan mal runter. Weil jetzt haben wir ja Adeyemi verliehen. Kann Windsheimer bleiben, mal Stürmer drei. Der hat Marek Rodak. Da würde ich mir eigentlich ganz gerne das Gehalt, diese 900.000 irgendwie sparen. Finde ihn als Torhüter ja eigentlich sehr interessant und sehr gut. Was verdient im Vergleich Daniel Antausch? Nur 285.000, also ein Drittel. Das reicht mir eigentlich als dritter Keeper. Knöchelbruch zwei Wochen. Das heißt, er ist bald wieder da. Dann hilft es nichts, weil wir Rodak tatsächlich halt mal anbieten, auch auf der Transferliste. Schauen wir mal, ob er geht. Und sonst können wir versuchen, ihn zu einem Partnerverein zu verschieben. Gut. Ich will ja gerade, ob ich McKennie gleich reingebe. Spricht aber, glaube ich, nichts dagegen. Die haben ja auch eine ganz gute Connection miteinander. Ja. So werden wir es angehen. Außer jetzt gegen Lyon. Die mich auch für ein Let's Play immer wieder reizen, muss ich echt sagen. Ich hoffe, dass ich die irgendwann mal noch trainiere. Vielleicht wird es ja im zweiten Let's Play was. Da müssen wir uns aber sehr, sehr weit nach oben arbeiten, dass das noch was wird. Auch schön wäre es auf jeden Fall. So. Monatliches Finanzupdate. Gut. Kanyo ist jetzt ein Eigengewächs. Friedenheit des Vorstands ist super. Update zum Mannschaftsgefüge. Atmosphäre ging leicht runter, aber ist nichts Tragisches. So, ein ukrainischer Stürmer. Nein, danke. Und André Herrera ist mir zu alt, deswegen kann man da das Scouting auch schon beenden. Rodak bisher leider keine Angebote reingekommen. Estelle Celsi oder Rotterdam wäre interessiert, aber die glauben, dass er zu viel verlangen wird vom Gehalt her und dass es deswegen nicht möglich sein wird. Kann gut sein, ja. Wir haben noch zwei Jahre Vertrag. Im Worst Case würde ich ihn auf der Tribüne behalten und wir versuchen Antosch zu verleihen. Aber gut. Weil ihn als Nummer zwei und Polarspeck abzugeben ist für mich irgendwie kein Thema, weil Polarspeck als Nummer zwei finde ich ganz gut passt und auch deutscher ist. Also, ja, Benefizspiel. Jetzt geht es also los. Fast alles, denke ich, so wie es ist. Wir können theoretisch noch einen mitnehmen. Ich nehme einfach mal Duarte mit auf die Bank. Und dann legen wir in Kürze auswärts gegen Lyon los. Schauen wir mal, wie die auflaufen. Abschiedsspiel von Anthony Lopez und Anthony Lopez ist nicht im Kader. Cool. Generell kommt mir die Mannschaft etwas schwächer vor. Viele Spieler, die man nicht kennt. Naja. Ich glaube, da fehlen ein paar große. Aber uns soll es recht sein. Benefizspiel hin oder her, die Ehre des Vereins steht auf dem Spiel. Also, ich hoffe, die Jungs nehmen das ernst. Egnese normalerweise wirklich ein sehr attraktiver. Und, ja, wir sind knapp vor dem Saisonstart. Wir haben danach noch den Test, ging es dann mit Lüttich und dann war es das. Bisschen Atmosphäre am Ohr. Also, bisher erste Chance für Lyon. Kartic jetzt mit dem langen Ball auf Arp. Der ist durch. Fiete Arp macht es nicht. Doppelchance. Hier beide nicht reinmacht. Otavio mit der Ecke. Lucas Silva klärt. Ovalenko wird auch geblockt. Ja, der war gefährlich. Gut gegen Kennedy. Schön von Oedegaard, Wagnermann. Nochmal die Chance. Boah, gute Parade. McKennie. Wieder gute Parade. So, wir fordern wir sie zu mehr Kreativität auf. Das beflügelt sie, so wie es aussieht. Und jetzt die Kontoschon ist gut geklärt. Kennedy läuft oben mit. Pereira. Arp ist noch vorne. Boah, Arp setzt sich gut durch, aber vergibt. Also bisher ist Lyon schon relativ schwach. Oedegaard rechts raus, Wagnermann. Pereira an den Pfosten, Oedegaard. Und, ah, nicht die Ecke raus, schade. Aber wie war'n der angeschnitten? Ich dachte, der geht zwei Meter daneben und plötzlich dreht er sich so rein. Ja, nicht schlecht. Zehn zu zwei Schüsse. Schauen wir mal in erster Linie in der Halbzeitpause auf die Spielpraxis. Also wir sehen, McKennie hat 100%. Wir sehen hier haben einige über 90%. Also eigentlich kann ich bis auf Oedegaard theoretisch alle wechseln. Ich kann aber auch sogar Oedegaard wechseln, weil wir eh genug Spieler auf diesen Positionen haben. Das heißt, wir werden komplett durchwechseln. Soares, McDominay, Janicic, Rogerio, Semedo, Chiara. Bei mir ist auch Paul Aspeg. Die Frage ist, wann bringe ich Walker Peters? Aber ich denke mal, ich bringe ihn jetzt und dann lasse ich in Standard Lüttich Wagnermann. Ne, machen wir es umgekehrt. Wagnermann soll heute durchspielen und ich bringe dann Walker Peters. In der nächsten Partie ging es dann da Lüttich. Dann ist Wagnermann nämlich fit für den Saisonstart. Das ist, glaube ich, wichtiger. Weil da wird er wohl noch spielen müssen in der Pokalpartie, auch wenn es darum nicht viel geht. Weil der Gegner doch relativ schwach ist. So, Topper wechsel bei Lyon. Das hat McDominay was abgekriegt, Schnittwunde am Oberschenkel. Weil es hier eh um nicht viel geht, bringen wir gleich Duarte. Passt schon so direkt eigentlich so. Und es gibt eine Ecke. Und Selke. Kommt er am langen Posten an den Kopfball. Den muss er eigentlich machen. Die nächsten Wechsel bei Lyon. Auf den Flügelpositionen bin ich noch etwas unsicher, wen wir da zum Saisonstart nehmen werden. So richtig rauskristallisiert hat sich da in meinen Augen niemand so hundertprozentig. Gut abgefangen. Janicic braucht auch noch viel Spielpraxis. Moreno super Antritt. Aber der Abschluss war leider dann deutlich zu schwach. Also sind sie plötzlich alle ängstlich. Was ist denn da los? Jetzt kriegt er Moreno gerade die Gelbe, scheint so. Jetzt sage ich mal nichts, dass er vorsichtig sein muss, damit wir es testen können. Und dann plötzlich hat Lyon deutlich mehr vom Spiel, zumindest vom Ballbesitz her. Irgendwie setzt es ziemlich rauf die letzten Minuten. Aber wirklich eine Torchance gelingt ihnen auch nicht. Der Ball läuft wirklich gut bei uns. Aber die Abschlüsse sind alle zu harmlos. Von 15 Schüssen 7 auf Tor finde ich von der Quote her jetzt gar nicht so schlecht. Aber deutlich zu ungefährlich. Moreno. Hammertreffer. Malus Moreno. Jetzt doch noch mit dem verdienten 1 zu 0. Philippe mit der Flanke. Zellke verlängert und Moreno nimmt den direkt. Sehr zentral. Torwart sieht er nicht wirklich gut aus. Aber nichtsdestotrotz finde ich den Treffer absolut genial. Schön gelöst. Bacher Ball von Liepe. Die letzten Sekunden laufen. Kommen sie nochmal zu einer Chance. Es muss noch eine Flanke rein. Geklärt Wagnermann. Nächster langer Ball. Wieder geklärt. Und wir sind wieder im Ballbesitz. Einwurf Wagnummern. Das war es. Sehr schön. Schöner Sieg. Kann man sehr zufrieden sein. Auswärts gegen Lyon ist auf jeden Fall sehenswert. Janicic. 5 bis 8 Tage. Scott Mcdominay. 2 bis 5 Tage. Das ist natürlich bitter. Aber jetzt haben wir wirklich nur noch das Testspiel gegen Standard Lüttich. Und dann geht es gegen Schott Mainz. Die sind momentan in keiner Liga. Da werden wir schon ein bisschen mit einer BEL spielen. Denke ich mal. Aber da schauen wir uns genauer an. Eher ernst nehmen müssen wir den Test natürlich auch sehr. Schon klar. So. Verfügbar für die U19. Die haben wieder ein Testspiel. Suarez von mir aus eigentlich. Warum nicht? So. Antonio Ventura soll immer für die U19 verfügbar sein. Für Antos dauert es noch. Semedo braucht Spielpraxis. War Winzheimer auf jeden Fall auch. Nachanalyse ab. Nicht wirklich gut. Das stimmt. Bristol Palace will von Leipzig Konrad Leimer ausleihen. Können uns natürlich. Steigen wir nicht mit ein. PSG hat jetzt Lutgens verpflichtet. Magde 20 Millionen. Die haben wir vielleicht auch nicht durch die Lappen gehen lassen. wollen. Aber bei PSG kannst du wahrscheinlich auch nicht mithalten. So. Ich überlege gerade noch, was ich jetzt mit der B-Mannschaft mache. Also mit eben Leuten wie Papadopoulos, die einfach nicht gehen wollen. Canio. Fast. Massey macht ein Angebot für Güstil. Der ist auf unserer Auswahlliste. Können wir auch streichen. Wir da alles oben haben. Was ist mit unseren Leihspielen bisher aus? Spielen da schon welche? Ja. Ein paar zumindest. Gabriel noch bis zu fünf Wochen verletzt. Der Vertrag läuft dann aber auch erst nächstes Jahr aus. 30.06.2020. Äh 222. Und ich freue mich jetzt auf den letzten Test gegen Standard Lüttich. So. Champions League. Wie sieht es aus? Las Glintz gegen Porto. Das ist natürlich sehr undankbar. So eine Auslosung. Taui. Momentan bei uns unter Vertrag. Da ist Duisburg interessiert an einer Laie. Den können wir natürlich verleihen. Er hat ganz gut getroffen. Schauen wir mal, ob da ein Angebot kommt. Und dann. Ein-Zur. Überall Rotation. Letztes Jahr in der österreichischen Bundesliga bei Harzberg. 25 Einsätze. Drei Tore. Ja, ich glaube ich lasse ihn das einfach raussuchen. Auch der muss den Schritt machen. Schauen wir mal kurz aufs Alter bei einigen anderen noch. Die sind eh hauptsächlich aus der. Yoshida ist wirklich in der U19. Können wir auch verleihen. Die Mannschaft ist dann natürlich zu alt. Dann haben wir Korkovic. Ist auch schon 20. Er ist momentan noch bis zu, ja, bis zu zwei Monate verletzt. Leider. Matja de Rigo haben wir, glaube ich, auch sogar auf der Transferliste und Leihliste. Von mir aus um 0 Euro mit 30% des nächsten Verkaufs. So, dann haben wir noch Windhager. Das sind dann schon die Jüngeren. Aber in Windhager, da ist Aue dran. Er wird nicht wirklich das Zeug haben, dass aus ihm irgendwas wird. Deswegen gehen wir den ab. Und dann werden schon interessante Spieler hier kommen. Die sind alle bei der U19 und können auch wirklich alle bei der U19 spielen. Also das ist schon relativ in Ordnung. Ben Brennscheid. Nicht wirklich talentiert. Den könnte man, denke ich, auch abgeben. Dann ist die U19 auch ein bisschen aufgeräumt. Yoshida. Mach überall Rotation drin, leider. Dann passt schon. Werden wir sehen, wo, bzw. ob er sich durchsetzt, wo er hin möchte. Ja, Windhager, da müssten wir beim Gehalt dazuzahlen. Das mache ich nicht. Den Rest nehme ich jetzt einfach mal an. So, Analyse über unsere nächsten Gegner. Standard Lüttich. Sind die schon in der Saison? Ja, die sind schon in der Champions League Quali. Da bin ich mal neugierig. Das wird natürlich jetzt für sie auch nicht so unanstrengend. Jetzt haben sie Champions League gespielt. Am Mittwoch ist das Rückspiel. Jetzt müssen sie nach Hamburg reisen für diesen Test. Müssen wir sie fast ein bisschen schonen. Nein. Aber ich finde generell die Tests, gerade jetzt gegen Ende, waren sehr interessant von den Namen her. Jetzt ging es Lüttich auch noch gut abschneiden. Dann war ja echt alles perfekt. Dann wären wir noch im DFB-Pokal. Vielleicht ein bisschen was testen. Ein paar Positionen, bei denen ich mir unsicher bin. Da wären wir noch was probieren. So. Prozitsch Scouting beendet. Das war der von Andy Gorica, der eigentlich relativ gut ist. Eine Ausstiegsklausel für 675.000. Der ist echt günstig. Ich überlege gerade, ob ich den einfach kaufe und rückleihe. Geht das? 625 und dauert der Rücklei ein Jahr. Oder bis zum Ende der Saison. Wenn der so günstig ist und jetzt schon relativ stark, dann können wir den einfach kaufen und vielleicht dann wieder verkaufen, um einfach ein bisschen Geld zu machen. So wenig wie der kostet, möchte ich mir der Schnepp hier nicht hingehen lassen. Mario Pasalic, 15 Millionen. Sehr stark, aber natürlich passt das von der Position her nicht wirklich rein. Jankto finde ich auch ganz gut. Brauchen wir aber von der Position her auch gar nicht. Philipp Ox, Scouting beendet. Interessantesten ist anscheinend Renato Alves von Boavista 2. Geschätzter Preis 4.000. Was ist denn da los, wenn der wirklich so gut ist? Leihangebote für Fabio. Boah, das wäre halt auch so ein Mega-Talent. Der könnte ein neuer Douglas Santos werden. Wir wollten die für den. Ich mache es anders. Ich starte mal eine Anfrage. So ein nicht verhandelbares Angebot für Ginter, das können wir auch lassen. Und die Rückennummern müssen festgelegt werden. Irgendwann, den ich aussortieren möchte von den Nummern her. Schaut nicht so aus. Gut. Dann bleibt es dabei. Angebot für Horocic wurde akzeptiert. Für drei Jahre. Und wir sehen ja auch, was der kostet. Auch wenn der es bei uns nie schaffen wird, ist das ein ganz guter Deal. Erstes. Ganz gutes Talent, aber können wir glaube ich auch entfernen. Ein Scout-Bericht über HSV 2. Wow. Wettquoten auf Torschützenkönig. Ab nur auf der 3. Rick van Drongelen. Entschuldigung. Trainiert wieder schlecht. Dem reden wir gleich bestimmt. So und dann werden wir jetzt noch aufstellen für den Test gegen Lütich. Ich glaube von der Spielpraxis her, es müsste jetzt echt schon bei so ziemlich allen passen. Also wir können in der Hälfte dann durchwechseln. So, die wollen Janicic ausleihen. Kaufoption nach 20 Spielen für 9 Millionen. Sie zahlen monatlich noch was und das Gehalt. Das ist halt ein sehr guter Deal eigentlich für uns, weil ich versuche jetzt die Kaufoption rauf zu handeln auf 12. Weil ich muss ihn ja nicht unbedingt abgeben, weil ich muss ihn ja nicht unbedingt abgeben, das haben sie abgelehnt. Ich verliege gerade echt meine Stimme. So viel habe ich noch gar nicht aufgenommen heute. So, zur Aufstellung. Also wir sehen, Janicic ist kritisch. Da sagt die medizinische Abteilung, Soares, Erschöpfung nach Spiel. Antos, Walker, Peters ist kritisch. Mcdominay, Janicic, Giorgio, Rio, Winsheimer. Ja, das ist bei vielen hier einfach kritisch. Nehmen wir den Ventura mit. Ace Ventura. Und bis auf Ödegard und vielleicht noch ein bisschen Leno schaut das eigentlich echt schon sehr gut aus. Rogerio war da gerade kritisch, oder? Wenig Spielpraxis, ja okay. Die kriegen wir schon noch rauf. Semedo genauso. Ich verliege gerade, ob ich die einfach beide jetzt spielen lasse in der Partie. Machen wir so, dass wir die B in der Verteidigung spielen. Und links hinten Rogerio. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Im nächsten Part machen wir dann den letzten Test gegen Standard Lüttich. Und dann geht schon in Kürze mit dem Saisonstart los, mit dem Pokalspiel gegen Schott Mainz. Bin schon gespannt, da dürfte uns natürlich nichts passieren. Aber wir müssen es ernst nehmen. Ich freue mich schon drauf. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns.